Das hat hier gerade schon so ein weich beschliffst. Ja, aber in einer Minute die Pferde bitte auf das Geläufe. Ja, eine Frage habe ich noch an sich. Ich meine, du hast jetzt keine Kinder, aber du, deine Frau, versteck dir Eier und such dir. Ja, mein Vater hatte schon eine gute Idee, der wollte hier ein Dach in der Verstecknis. Wer soll den denn da finden? Aber das ist ein anderes Thema. Ab zur Parade. Hallo, ich bin unser zwölftes und letztes Rennen am heutigen Donnerstag, bevor es dann am übernächsten Sonntag hier bei uns zu Prag weiter gehen wird, am 16. April. Das Termin können Sie sich bitte auch schon mal vormerken. Zunächst hier allerdings noch diese heutige Abschlussprüfung mit der Viererwette und der garantierten Mindestaussammlung von 4.400. Die Hans-Weingart, die 6 Wunheit, Newport, Gerd Steinhaus, die 8 Migros, PS mit Jeffrey Miras, die 10 Amina Jan-Tirin. Die nächste Zeugnerin ist Super Trooper, Michael Lemczyk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.